body charming thomas gottschalk schießt gegen mighty kelly in seinem eigenen podcast die super nasen gibt der 74 jährige thomas gottschalk 74 ein weiteres mal einen kommentar zu einem sehr ernstzunehmenden thema ab und gerät dafür in die kritik ganz ungezügelt äußert er sich in bezug auf seinen auftritt in der ard show das adventsfest der 100.000 lichter zu mighty kellys 44 körper wahrscheinlich muss ich mighty kelly zur seite schubsen damit man mich sieht gegenüber bild rechtfertigt er sich dann mit folgendem statement es handelte sich zweifelsohne um einen gag der auf kosten von mighty ging dann fährt der ehemalige tv moderator mit den worten fort er könne es sich in seinem alter leisten da über ihn auch oft gewitzelt werde laut ihm sei sie schon alt genug um das sprichwort was sich neckt das liebt sich zu verstehen inwiefern mighty zu dem thema steht ist aufgrund eines fehlenden statements unklar allerdings ist bekannt dass sie sich seit jahren gegen body charming ausspricht und der kommentar deshalb wohl weniger anklang bei ihr finden könnte zumal mighty laut dem medium bisher nicht einmal für die show angekündigt wurde und der spruch daher keinen sinn ergibt ich habe das große glück dass das publikum mich immer geliebt hat egal in welcher form ich gerade war ich bin wie ein akkordeon mal so mal so aber das publikum hat immer gesehen dass mein talent größer war als meine kleidergröße noch vergangene woche äußerte sie sich gegenüber dem blatt zu ihrer figur die sängerin musste sich in der vergangenheit viel für ihr aussehen rechtfertigen und verbindet mit diesem thema daher vermutlich keinen riesigen lacher wie thomas ihn losließ im netz bezeichnen die fans den kommentar des lockenkopfes als frauenfeindlich und bösartig er selbst sei gegen beide dinge allergisch und fände im interview gegenüber der zeitung kein verständnis für die attribute ein Untertitelung des ZDF, 2020